Du meinst die Puderpuff Girls. Puderpuff Girls? Puderpuff Girls! Warte, was? Oh, hier ist der Autokorrekturboulevard. Tja, Jungs, es wird Zeit, euch hier auszulocken. Wir machen die BG, Jungs. Ich bin besser als ihr. Oh nein, Internet-Trolle. Hashtag, du Blödi. Ich verdiene 6.000 im Monat durch Homeoffice. Ähm, etwas Feuerkraft könnte jetzt ehrlich gesagt nicht schaden. Sekunde noch! Okay, wie wär's damit? Ähm, probieren wir mal das. Oder vielleicht das? Das, das, das! Oh Mädels, ich krieg's nicht hin, das ist zu schwer. Doch, du schaffst es schon, Bubbles. Betrachte es als Spiel. Als ein Spiel? Das ist es, als ein Spiel. Okay Mädels, ich hab ne Idee. Oh, los! Oh! Da! Regenbogen-Forellen-Blaster! Fresst Fisch, ihr Trolle! Oh! 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 Okay, Bubbles! Jetzt aber zu den Armeen-Jungs! Bin euch längst voraus! Was? Bubbles, hab ich dir heute schon gesagt, wie lieb ich dich hab? Nein, das hast du noch nie gesagt. Gefahr! 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 Die Armeen-Jungs durchbrechen die Firewall! Wenn sie's ins Zentrum schaffen, krieg ich euch nicht mehr raus! Schon klar, Bubz! Los geht's! Da sind sie! Nicht so schnell am Öben-Jungs! Zu spät, ihr Dumpfbacken! Sobald wir dieses Dings da hier in dieses Weiß-nicht-Was-dort-reingesteckt haben, ist die Sache geritzt! Bubbleschen kommen uns! Augenblick! Level up! Ja! Die Baby-Bunnys-Boom-Suka! Und das war's, Slim! Au! Level up! Wow, die Bunny-Rasse! Wuhu! Ja! Jetzt nur noch ein Schritt zum Sieg! Buttercup, hau ihn um! Was? Wir sehen uns später, ihr Loser! Fress Forelle, Bossman! Dann mal sehen, was du davon hältst! Der Beiber-Mass! Hey! Er ist gleich da! Es funktioniert nichts! Tu doch was schnell! Na, mach schon! Aber ich... Ich... Wenn wir nichts unternehmen, dann sind wir für immer im Internet gefangen! Das ist das Ende! Das Ende! Das Ende! Oh! Oh! Wie das Ende des Spiels! Das ist es! Keine Sorge, Mädels! Ich weiß, was zu tun ist! Tut mir leid, Bossman! Game over! Bunny-Mami! Nein! Ach, vergesst es! Wir sind für diesen modernen, technischen Kram nicht mehr gemacht, Jungs! Bubbles! Ihr seid da! Das war ja echt der Hammer. Alter, echt spitzenmäßig. Danke, Mädels. Aber was hatten die Amöben-Jungs denn überhaupt da drin zu suchen? Oh, wie Powerpuff, Girls. Ihr mögt die Schlacht gewonnen haben, aber den Krieg habt ihr bereits verloren.